Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen kurzen Word Tutorial und heute zeige ich euch, wie ihr das Zeichen vor eurer Auflistung anpassen und die Farbe sowie auch die Größe ändern könnt. Sobald wir hier die Liste erstellt haben, klicken wir hier oben neben diesem Listensymbol auf dieses kleine Pfeilchen drauf und dann ganz unten auf neues Aufzählungszeichen definieren. In diesem Menü können wir hier direkt auf Symbol gehen und wählen uns dann hier aus dieser Schriftart unser gewünschtes Symbol. In meinem Fall nehme ich jetzt hier zum Beispiel einfach dieses X. Ich gehe auf OK, dann ist es hier schon mal definiert und nun gehe ich hier noch auf Schriftart rein, um Größe und Farbe zu ändern. Ich sehe hier meine Schriftart ist Wingdings und ich kann hier die Größe beliebig anpassen. Zum Beispiel wähle ich hier mal 16 Punkt und ich sehe unten die Vorschau, das Ganze hat sie schon vergrößert und dann wähle ich hier zum Beispiel noch eine Farbe. Ich nehme mal dieses grün, ich gehe auf OK, sehe das hier in der Vorschau, passt soweit, ich gehe wieder auf OK und schon habe ich mein Zeichen, meine Größe und meine Farbe von meinen Aufzählungszeichen bearbeitet. Das kann ich jetzt für jede Liste machen oder ich definiere das einmal hier in meinen Formatvorlagen. Dazu gehe ich hier auf die Formatvorlage Listenabsatz für meine einzelnen Listenpunkte, mache einen Rechtsklick drauf einmal auf ändern und dann links unten bei Format und dann bei Nummerierung versteckt sich das gleiche Menü und zwar hier beim Punkt Aufzählungen sehe ich hier meine Aufzählungszeichen und kann hier unten auch wieder ein neues Aufzählungszeichen definieren und ich sehe, ich habe hier dasselbe Menü wie auch hier oben unter diesen kleinen Pfeilchen, wo ich das eben global in meinen Formatvorlagen für alle meine Listen einstellen könnte. Ja, so einfach geht es hier eben dieses Symbol zu ändern und eben auch Farbe und Größe anzupassen und ich hoffe, ich konnte euch damit etwas beibringen. Bis dann, tschö!